Herzlich Willkommen liebe Leute zum neuen Part von Let's Play Anime Crossing New Horizon. Das Surf hier, dessen Namen ist wieder vergessen habe, I'm sorry, hat nicht ohne Grund eine Weihnachtsmutze auf, denn wenn wir mal einen Blick aufs Datum werfen, sehen wir, ja es wird kein Datum angezeigt da, toll, sehen wir gleich ein Animal Crossing, wenn wir da reingehen, dass heute ein ganz ganz besonderes Datum ist, denn ich kann zum Spoilern, heute ist der 24.12., hörst du ja mit oh Wunder, Weihnachten, so, und wir schauen uns heute einfach mal ein bisschen an, ja was denn ein Animal Crossing an Weihnachten so passiert, was da so ist, klar der Spoiler, wer hat das letzte Mal gesagt, ja angeschaut, es ist nicht sonderlich viel, aber es ist ein bissl was, und das haben wir uns in dem Part an, und ja das ist einfach ein kurzer Part, es wird unbedingt nochmal in diese, diesjährigen Weihnachts-Bestle-Animal Crossing-Part machen, genau, denn es ist der Spielzeugtag heute am 24.12., und so gesehen Melinda, froren Spielzeugtag alle zusammen, ich freue mich, diesen Tag mit euch gemeinsam verbringen zu können, es ist Freitag, da 24.12., 11.14., wie ich hörte, soll heute die Aushilfe des Weihnachtsmanns unserer Insel einen Tag lang Besuch abstatten, und glaubt man den Gerüsten hat diese Person einen riesengroßen Sack voller Gesenke dabei, so, damit sind wir für heute am Ende, wir finden uns aus allen noch einen wunderschönen Tag, mein großer Sack voller Gesenke, da dort hört es doch mal viel was pressen an, da bin ich aber erst gespannt, was da drin ist, he, so, Ah, es ist alles so eine schöne Weihnachtssimmung hier, dann würde ich fast sagen, schauen wir doch einfach gleich mal nach vorne, das ist auch so schöne Weihnachtsmusik, alles schön Weihnachten, ist das nicht toll, bestimmt sind hier zu frohe Weihnachten drauf, oder? Nein, um 1. Lennart Game-Accounts Geburtstag, ja, stimmt, das war von Sand, glaub ich, he, ja, Moin, das sind die Ball, Alter, hier ist es nach April, ey, Look Friday, auch wild, ah ja, immer so wieder das aktiver spielen, so, die Frage ist, wo ist Chris, da ist er ja, das ist doch der Weihnachtstück, den wir gesucht haben, ho, 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 frohes Fest, ich bin Chris, das war's nach, schwarz, na, äh, schwarznasige Reindeer, ist das nicht ein ganz besondere Jahreszeit, die wir gerade haben? Noch dazu feiern wir heute den wohl aufregendsten Tag des ganzen Jahres, den Spielsacktag, und aus diesem Grund bin ich hier, ich helfe nämlich den Weihnachtsmann beim Gesenke verteilen, ho, 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 wie läuft der Spielsack, dein Spielsacktag bisher denn so? Genießt du die Festtagsnummer? Leider gibt es da ein winzell kleines Problem, das die Stimmung drüben könnte, ich habe das Gesenkenpapier vergessen, ist das so glauben? Ich, ich, dir ist nun, bepackend Gesenken für Groß und Klein vom Chef höchstpersönlich ausgesucht, nur eingepackt sind sie halt leider nicht, wo bleibt denn da die Freude, wenn's nix auszupacken gibt, ho, ho, es habt ihr eine Idee, oder sich bewühlt jemand aus, der Freude am Bastler sind's? Mit Sicherheit hast du gesicktere Hänse als der gute Chris. Könntest du mir vielleicht etwas Gesenkenpapier anfertigen? Ich geb dir auch eine Bastelanleitung dafür. Ja, Logo. Ich brauche auch bloß drei Stück dieses exklusives Gesenkenpapiers. Ei, ei. So, was willst du von mir hier? Hallo, da sorgen uns ist ja gerade die zwei richtigen über den Weg. Ich hab's da nicht gesorgt, aber egal. Ein Festkranzer, vielen Dank. Den nehme ich doch natürlich sehr wohlwollend gerne an. So, was haben wir dann hier? Sönes bekommen. Für eine Anleitung. So, das will ich wieder lernen. Okay, Festtagsgesenkenpapier. Das klingt doch wild. So, dann gehen wir mal an mein Crafting Table und schauen doch mal, was ich können muss dafür. So, haben wir den ganzen Wichsen mal Hausrennen. Das ist das Uncoole, wenn das Haus gefühlt am abgelegensten Ort eversteht. Na komm. Oder war das gar nicht der Crafting Table? Hier ist dumm. Ich glaub, das war da gar nicht, ne? Hat das denn drin? Ne. Oh, Mist. Wie steht bei der Ami-Crossing-Mower. Das merkt man mal wieder, wie mies lang, aber der war nicht hier drin. Wie mies lang ist einfach kein Animal-Crossing-Mower gespielt habe, ey, so eine Scheiße. Eieieieieiei. Ich dachte, das war doch der. Da bin ich jetzt total bescheuert. Ja, doch, meine Fresse. Was ging das denn zum Anfang? Da bin ich jetzt. So, irgendwo muss ich hier festhalten. Das hängt Papier. Okay, Rot-Smug, Blau-Smug, Gold-Smug. So, das ist jetzt jetzt die gute Frage. Wo finde ich den Smug in Anime-Crossing? Das ist jetzt tatsächlich eine sehr gute Frage. Der, ich glaub, ist, ähm, der erstmal nachgehen muss. Die Frage ist, wo gibt's den? Äh... müssen wir dann doch kennen uns. Mein Pfas. Okay, ich brauche Nabalbäume, die geschmückt sind. Wir brauchen calvesintuale, die geschmückt sind. Ich hab das Gefühl, derzeit im genießt mal, da ist abstandsณsicher. Nein, wir machen es hier ernstzündert. Aber Mist uns ladobar zu sehen. Na klar. sind gar nicht so einfach der als wärst du doch so fütten so kurz vorbeidacht jawohl ist doch mal einer so bei dir zum mal nix rauskommt super aber funktioniert das immer sehr gut schauen wir mal wo die anderen sind ich glaube vielleicht finden wir die auch noch nur vielleicht ich hab halt zu viele gnadenbäume ist das problem ich will jetzt als ernsthaft wo ich es überhaupt noch weiße hab die aktiv geschmückt sind und die frage zu beantworten ist halt echt nicht einfach ob es hier noch weiße ja cool ich mag jetzt wenn ich nicht genügend hab warte fragen wie kriegst du noch mal vielleicht kommen wir das einfach auch nicht machen wenn ihr euch das auswild ja ist schön aber ich hab halt nicht nadelbäume hier jetzt bin ich da genervt ich hab glaube ich exakt nur einen nadelbaum okay wenn man krass genug werft kommt der weiß ich nehme alles zurück immerhin etwas coolerweise reißen die da vorne bis hinten nix ja komm noch ein paar ich weiß auch gar nicht wie krass zufall das ist da hinten ist noch einer sie ist gerade der leuchtet dann geh ich doch so auch noch mal hin gut gut ich hab mir das von der entfernung dahinten gesehen heißen müssen wir die brücke ich glaube es ich glaube es ist jetzt hier oben waren da da aufstieg hat überhaupt ein aufstieg existiert das weiß ich gar nicht mehr mehr das ist jetzt eine gute frage wie man hier eigentlich hochkommt weil ich glaube ich wollte hier mal einen aufstieg hin machen hab aber noch keinen gemacht kann das sein jedoch von der brücke dahinten muss man da hochkommen ja ich weiß wie ich glaube wir sind anders den miesen umweg gerade gelaufen aber egal wenn auch mit den miesen umweg gerade mal zurück nicht kein problem machen wir soo einmal zack und dann wir machen da ob wir kommen auch rote sind es statistisch gesehen die meisten dran kommen sie sind so sauter war wie viel mal zu namens wissen ich brauche erst mehr von den gelben hat man es gedacht kam es nein das ist gut so machen wir noch mal hier ein bisschen wir hoffen dass hier auch mal gelbe rauskommen und nicht immer nur rote kurz meine blaues ausser es braucht mehr gelbe hier ist auch noch mal einer oder hinten auch sie ist nicht mehr oder sehr gut kam es eigentlich vorne drauf dass ich nur einen dass ich nur einen einen zum baum habe das war ja irgendwie komplett aus den haaren gesungen diese aussage hat null sinn gemacht naja was solls ich auch noch eine eine fresse das sind doch voll viele da sind gelbe japan immer ein paar gelbe da ist noch ein den ich gerade sehe da müssen wir eins auch genug haben hoffen wir sind ich glaube das war jetzt auch der eine den ich ursprünglich von der anderen seite da gesehen hatte ja komm es reißen ist das hier oben noch einer ich weiß nicht jetzt sind aber fast alle aber wisst ihr jetzt sind benson sollte man es richtig machen aber wisst was stopp wir haben jetzt erst schon genug ja definitiv ja definitiv let's go einmal außen rumlaufen ja voila so ich will etwas herstellen ein bisschen gesenkt papier so es ist außen bereit so muss das so ich weiß nicht gut der war nur die scheiße tonne piece platzieren was heißt die ist nicht genug platz weil mich verasen man mehr tieren Äh, dann bringen wir mal den zur Tür. Jawoll. Haben wir auch ein bisschen schöne Weihnachtsdeko. Hm. Wollte ich leider ein paar Sachen erst mal temporär ablegen hier, hilft eigentlich nix. So, weil ich will das hier, wenn er anzunechtet, richtig machen. Na, ich will bauen, danke. So, craften, Herstay. In der Tat, nimm das, weil ein tolles, da mach's doch. So, er meinte, ich brauchste drei Stück. War auch cool, wenn man einfach die Menge auswählen könnte, dann wird das gemacht. Das war so ne Sache, das wär Bild gewesen, wenn das das Update einfach ginge. So, sagt Boom Bang und es wär fertig. Das wär so dermaßen Bild gewesen, aber naja, was nix ist, das ist nix. So. Machen wir auch noch das dritte, sehr gut, wenn man zu drei reißt. Also genug fürs erste. So, dann bringen wir ihn, dass der Makler ist. Windeseile. Hallo. Ja klar. Ho, 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 vielen lieben Dank. Hast du dir eine Belohnung verdient? Einziges Spielzeug-Socken-Set. Ja, Mann. Spielzeug-Tag-Socken-Set-File. Was soll passiert, wenn du sie heute Nacht bei dir zu Hause aufhängst? Nun denn. Da du mir bisher so lieb geholfen hast, will ich dich gerne noch mehr feststags freuen mit dir teilen. Wenn du möchtest, darfst du mich beim Verteilen der Gesenke untersitzen. Es trägt an den Gesichtern der Gesenke zu blicken, erfüllt die immer wieder mit deinem Herz. Okay. Aber bevor es losgehen kann, brauchst du noch eines von denen hier. Okay, klingt doch gut. Dieser magische Gesenke-Sack ist gefüllt mit allerlei Gesenken. Deine Aufgabe besteht dahin, mit dem Gesenke-Sack in der Hand sämtliche Gesenke zu verteilen. Aber trüdel dabei nicht herum, denn sobald es von dem Fuss direkt, verliert der Gesenke-Sack seine Schauberkraft. Und auch ich werde mich beim Sonnenaufgang wieder auf die Socken machen. Hast du alle Gesenke zugestellt und den Sack zu mir zurückgebracht, kommst du an tolle Belohnung. Und damit meinst du nicht nur das tolle Gefühl für Glück und Freude gesorgt zu haben. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass dieser Spielzeug-Tag bei dir in guten Händen ist. Also muss ich quasi noch so eine Aufgabe machen. Okay. So, die Frage ist, woher weiß es jetzt? Wer weiß es gesenkt bekommt? Egal, ich dappe einfach alle Bewohner ab. Angefangen von allen, die hier auf der Seite sind. Sie müssten hoffentlich jetzt alle Ereignisse an Weihnachten... ...schau so sein. Die sind mir nicht mehr in Eröffnung. Dann gehen wir dann einfach die Gesenke und dann ist alles gut und alles passt, alles ist toll. So. Hello. Ja, hier ist hab'n Gesenk. Ja, das ist ein Weihnachtsmann. Frohe Weihnachten. Und hier hast du alle. So, das ist doch schön, dass du einig bist. Gut, erstes ist ein Massag. Ach, scheiße, wir haben was aus. Einige. Viele, viele Häuser. Machen wir das mal. Dass wir als nächstes... Ja, toll, natürlich ist Rollo unterwegs. Seine Fresse. Stopp, weil ich dich grad sehe. Was, ein Jahr und vier Monate? Ei. Also, ich kann nicht sein. Ein Jahr und vier Monate war das Spiel doch erst... ... noch gar nicht mehr richtig draußen. Unmögliches. Ja, die... Nimm doch das Gesenk. Ja, für einen Spielzeugtag. Nimm es doch an. Okay, ein Gesenk. Ja, klar. Bla, bla, bla. Bitte, wasser bringt die auch uns für einen Spielzeugtag. Ja, das müssen wir jetzt einfach bei ihm. Gewohnung machen. Wir kommen da nicht drum rum. Weil, das ist halt der Spielzeugtag, ne? Ach ja, das war der Lehrer, ne? Der einfach... ... einfach wirklich, äh... ... ein Klassenzimmer in seinem Haus hat. Ja, okay, ja, verstanden das in Jahrhers. Und dass ihr alle angepisst seid, ist gut. Ja, hier ein Gesenk für das. Ja, bla, 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 Alter, dass man das hier... ... nicht überspringen kann, aber es ist halt so. Ich meine, ich befülle einen doch, ja... ... mit guten Herzen, wenn man... ... den ganzen Leuten, die so eine Gesenke bringt. So, aber das war doch safe. Bella, war das hier Bella? Ich hab keine Ahnung. War das nicht Bubsy? Ach, scheiße, wo ist jetzt Bella? Äh, wo ist Bubsy mein ist? Das war doch Bubsy, die hier wohnt, ne? Ach nee, das ist ein Better. Die haben nicht mal... Hä? Also, okay, Leute, ich muss sagen, es ist schon... ... mir fällt mir mit, ne? Nacht, wo es ein... ... Mulliermach, ja? Ich bin müde. Und... ... das ist Wahnsinn. Und ja, alle, die jetzt denken... ... äh, ist aber... ... 11 Uhr am Vormittag, nee, ist es nichts. Es gibt mir jetzt etwas namens Timeshift. Also, Zeit vorspülen. In-game. Und da ist ja leider... ... äh, warte, hab ich es nicht mehr Sinn gegeben? Die bleibt nur stehen. Ich glaube, es ist schon... ... gut, perfekt. Und aus jeden Fall, da... ... an Weihnachten selbst am Tag... ... nur Zeit, da vorab, ne? Es ist nämlich am Abendtag, vor Weihnachten, auf. Der Hobby nennen es halt. Und ja. Ja, hier, vor dem Spieltagtag... ... nur ziehen. Und aus jeden Fall, ist jetzt irgendwas ja immer so ein... ... halb zwei Uhr nachts, wo es das aufnehmen, alter. Fucking halb zwei. Und ich hab nichts mehr zu tun, als Animal Crossing Part aufzunehmen. Was will mal mehr, Leute? Ach, ein gerettliches Leben, das wär's. So, ich weiß gar nicht, weshalb ich hier so bescheuert... ... gehe, aber so ist es halt... ... und weshalb da sein Haus auch mies am anderen A-Star-Welt gebaut hat. So, war komplett entfernt von... ... hier klässt ein anderer Nachbarn, oder irgendwas. Ist schon auch... ... krasse, krasse Sache. Manchmal schon... Okay, da hat kein Backaufsherrn, Nachbarn. Ja, hier, Locker, hier... ... ach, labber mich doch nicht voll hier, Freund, Spieltagtag. Nimm es, freut es. Adios, Amigas. Adios, Amigas. Ah, mir gefällt die Baffen-Locke. Die sieht immer anders wild aus. Ich brauch die. Dass die mal nach hinten... ... in der Ecke sind bei der Kaffee-Massine. Ich merke es nicht, ich brauch die. So, jetzt sehen wir nicht mal viele Häuser. Das sind gut. Meines Erachtens, glaube ich, es ist nur noch drei Stück. Ach, warte, dann war das doch vorn, Bobsy. War dann... Ach nee, jetzt wird irgendwas Leute wieder random... ... irgendwo unterwegs und das... ... darf sie suchen und... ... bläh. Ich hab gar kein Bock drauf. Hier hat einfach mal jemand ein größeres Haus. Weil es ist doch kein Bewohner. Ach, das war auch das Haus von Sen. Kann das sein? Ich weiß es halt erst nicht mehr. Ich weiß es halt erst nicht mehr, ob das sein Haus war oder nicht. Aber ich glaub schon, hm. ... egal. Oh, hier ist eins, eins. Sind wir hier mal rein, weil hier ist es bisschen nichts. Nein, da ist auch noch eins, das ist auch nichts. Das ist gut. Hab, ich glaube, es ist die meisten abgeklappert. Ich glaub, es gibt nur noch diese Bobsy da. Oder die andere. So. Ja, hier. Ich hab was für das. netten gesenk ja schön für dein kind damit das auch netzweihnachten spielen kann ist ja ganz lustig kinder mögen weihnachten und vernachten ist eine sache immer älter wird dann immer nicht fährt es noch mal 20 mehr älter wird dann die freude auf weihnachten einfach die die singt immer die wird einfach immer weniger weil es ist wenn ich früher dass man sich bei mir so vorerst an das kind anders krass gefreut auf weihnachten gesenkt ja mit gott weihnachtsbaum halb und jetzt mit den ganzen klausuren alles über der oberste fahrt wenn ich kommt man ist zumindest bis auf gefüllt am weihnachtstag selbst wo er es der erste ferientag ist komm ich einfach davor nicht weihnachtssinnung das ist ja anders ätzende sache irgendwie findest i don't know also ich weiß nicht also ich finde da hat weihnachtung muss ein bisschen zu anreißen klar weihnachtssinn ist geil ich denke ist geil wo man da auch einfach dann so ein weißes man zu wunderschön bekommt das halt wenn fertig ist aber so wo auch immer jetzt die ich habe einen esker bock die leute zu suchen die nicht zu hause sind so leicht dann sind die halt selbst holt ne ich kann ja nicht überall rumgucken wenn es überall sagt dabei ist ja wirklich überall aber jetzt wirklich jedem einzelnen was mitbringen muss wenn die das nicht so aussieht die haben einfach nix und piss gehabt aber ich glaube dem wird das ist eine überfragung einfach mal an chris was ich mal mit ich brauche ich ne pause ok na vorab der kleinigkeit ist doch wird ich muss ja wirklich bei allen hin es wurde belastung jetzt will ich aber gar nicht leicht haben ja ich will ich bin gleich wieder also das war jetzt das war doch bopsi die habe es der bis doch sind aber wo ist dann bella oh mein gott da ist ein gesenk egal ich lasse es fliegen ich hab halt auch ehrlich nur bock die jetzt zu suchen ist die flasier irgendwo waren es bestellen die auch random hier ok ich will es sein kalt zu sein aber egal ich auch nie darf so ok ist jetzt immer nix also in real life ist bei uns zumindest uns die schulen immer anders kalt ist seit corona weil wir immer bis heute durchs lüften da machen müssen wie das wieder rollen oder so ein mist wo ist denn die ich hab keine ahnung das ist aber alles kalt in irgendeinem geschäft oder so gar kein bock ist hier ganze insel dachte ollen zu durchsuchen alter nee ich glaube die ist einfach auch hier hinten nicht mehr aber ich werde wirklich aufnummern sicher gehen deswegen ist hausend auch überall in der hoffnung dass ich sie irgendwann mal findet aber insel ist groß ich sollte am besten insta die hoffnung aufgeben ich dachte auch das würde nur ein kleiner kurzer part werden oh wie krass war es denn aber glaube wo ist denn die alle ich habe gar keinen bock die noch zu suchen ist hier nein das ist der digga kajas das weiß ich wo die ist wie wäre es das jetzt waren ja wapps für die anderen wapps die war hier unten vielleicht hier irgendwie oben die kann einfach original überall sein es ist ja das schlimme und ich wollte es nicht mal sehen retten die sich einfach irgendwas zwischen denen die 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 und die und das wir das das Sonst bin ich jetzt erst genervt. Deswegen gehen wir jetzt mal wieder zurück und schauen, ob noch wer fehlt. Bin fertig. Oh, Gott sei Dank. Weitere noch drin, weiß doch, ob es ja ein Pumiss gibt, ne? Ha! So einfach ist das. Oh mein Gott, ich habe bis bis auf den Tag geschlitten. Ist das wild. So, blablabla, okay, 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 ist gut, ist gut. Er macht so, das kannst du noch wieder sehen. So, dann tun wir auf jeden Fall jetzt noch mal bei uns die Socken aufhängen, weil er meinte, wenn sie Socken irgendwo aufhängen, gibt es wildes. Oder vielleicht kommt der was rein, er weiß, er weiß. Es pressen und hängen wir den mal auf. Ich weiß, und nicht mal, ob es drin oder draußen war. Okay, oh, ich schreie. Ach, ey, ey, also, das ist Wetter ist müde, ey. Weil er blüht, die das jetzt heute Nacht noch aufzunehmen. Aber morgen bin ich halt, das hätte es einfach nach Weihnachten aufnehmen sollen. Wäre einfach so viel in der Richtigkeit da gewesen. So, als würde das eigentlich wirklich nur irgendwo hinhängen. Perfekt. Huhnos, vielleicht ist das nächste Mal was drin. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, und mit diesen schönen, ja, es ist Weihnachten gerettet. Ist das nicht toll? Weihnachten ist gerettet. Die Leute haben deren Gesenke. Was will man mehr? Also ohne Scheiß. Was will man mehr? Und unter diesen Umständen, wenn es euch ein wunderschönes Weihnachtsfest geht, es besingt, ist eine tolle Weihnachtsfeiertage. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Und ciao!